Hallo zusammen, es gibt mal wieder ein Outfit of the Day Video. Es ist heute wirklich, ja nicht frisch, aber leider sehr diesig draußen. Es ist neblig und es fisselt ein bisschen und ich war schon Sport machen. Und ja, ich habe mich jetzt gerade umgezogen, weil ich jetzt gleich wieder los muss und dachte, da kann ich euch mal eben mein Outfit zeigen. Ich trage wieder meinen allerliebsten Lieblingsohrring von meiner Freundin und ein ganz normales so senfgelbes Top und ein Oberteil, ich glaube das ist von H&M, das ist schon mega alt, in Türkis. Das ist so ein bisschen gerippt, das mag ich gerne, so könnt ihr sehen. Dann habe ich meine Aladin Hose an, die ich auf dem Herzberg Festival gekauft habe. Moment, machen wir mal jetzt so, dann könnt ihr das vielleicht besser sehen. So, und zwar ist das diese hier. Die ist etwas dicker und die mag ich total gerne. Wenn ich gleich rausgehe, habe ich diese Schuhe an. Ja, die sind schon auch etwas älter. Ich weiß nicht, also die sind bestimmt sechs Jahre alt oder so. Und des Weiteren habe ich, ich glaube ich habe das in meinem letzten Video gar nicht gezeigt, ich habe mir auch auf dem World Music Festival hier so zwei Tücher gekauft und einmal ist es so ein Dunkelgrün und einmal dieses. Das werde ich tragen, also beide. Und diese Jacke, die in einem Tauschpaket eigentlich für die Nena drin war, aber der Nena ist die echt zu groß und deswegen trage ich die. Und ich trage die auch sehr gerne. Und ja, weil die ist nämlich schön kuschelig und warm. Die ist nämlich hier gefüttert. Die ist zwar nichts für, wenn es richtig mega kalt draußen ist, aber jetzt für den Übergang ist die echt ganz gut und schön warm. Auch mit hier einer Zipfelkapuze. Ja, das war es auch schon. So bin ich perfekt ausgestattet. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und ja, macht das Beste aus diesem Mistbetter und ich hoffe, wir sehen uns. Bis dann, tschüss! Tschüss!